Der frühere Tennisstar Boris Becker ist von einem Londoner Gericht wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Strafmaß verkündete Richterin Deborah Taylor am Southwark Crown Court in der britischen Hauptstadt. Die Hälfte der Strafe wird demnach zur Bewährung ausgesetzt. Becker kann gegen das Urteil noch Rechtsmittel einlegen, musste aber nach britischem Recht seine Haftstrafe sofort antreten. Zu der Anhörung war er in Begleitung seiner Lebensgefährtin Lilian de Cavallo-Montero gekommen und auch sein Sohn Noah nahm an der Strafmaßverkündung teil. In dem Prozess war Becker von den Geschworenen in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Die Geschworenen gelangten unter anderem zu dem Schluss, dass Becker in seinem Insolvenzverfahren seinen Offenlegungspflichten nicht vollständig nachgekommen sei. Dabei ging es um einen Besitz in Deutschland, Anteile einer Technologiefirma und einen Bankkredit in Höhe von 825.000 Euro. Außerdem hatte Becker nach Auffassung der Geschworenen große Summen von einem Geschäftskonto unter anderem auf Konten seiner Ex-Frauen Barbara und Lilly Becker überwiesen. Becker, der in seiner Sportlerkarriere sechs Grand-Slam-Turniere gewann, hatte bereits wiederholt juristische Schwierigkeiten wegen Geldangelegenheiten. 2002 hatte ein Gericht in München Becker wegen Steuerhinterziehung von rund 1,7 Millionen Euro zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von 500.000 Euro verurteilt.